Wie baue ich mir einen ganz einfachen und preiswerten iPod Touch oder iPhone Touch Ständer? Das Problem ist immer wieder beim iPod und iPhone, wenn ich es betrachten möchte, sollte es einen gewissen Winkel haben und das habe ich normalerweise nicht. Also nehme ich eine große Binderclip, halte den kleinen zusammen mit einem Winkel, nehme den großen auf, setze den kleinen da hinein, dass er schön gerade ist. So, und jetzt kann ich ganz preiswert mein iPhone in die Schräglage bringen und kann alles betrachten, was ich möchte.